Musik gehört wesentlich zum Gottesdienst. Sie ist nicht nur Pausenfüller oder willkommene Zutat, damit es etwas feierlicher wird. Musik im Gottesdienst ist nicht Selbstzweck, nicht gemütsberuhigende Geräuschkulisse, nicht lästige Pflicht, sondern ein über das Gesprochene hinausgehender Ausdruck der Freude und des Dankes, des Vertrauens und der Bitte, der inneren Bewegung und des gemeinschaftlichen Tuns. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020